Der Schauspieler Chris Hemsworth hat richtig Glück. Nicht nur, dass er eine wunderhübsche Frau an seiner Seite hat. Nein, die macht sich jetzt auch nach richtig Gedanken, was sie ihrem Liebsten zum Geburtstag schenkt. Aber was schenkt man einem Top-Schauspieler, der sich alles leisten kann, was er möchte? Da entscheidet sich Elsa Patecki kurzerhand für eines der beliebtesten Präsente, nämlich gemeinsame Zeit. Und dafür sucht sich die hübsche Blondine einen ganz besonderen Ort aus. Eine Privatinsel bei Australien. Zusammen mit Freunden geht es für das Traumpaar ins Orpheus Island Resort. Eine Fünf-Sterne-Anlage im Great Barrier Reef, die wirklich keine Wünsche offen lässt. Bei diesen Bildern kann man schon ein bisschen neidisch werden. Auf seinem Instagram-Account schwärmt der Tor-Schauspieler. Das war eines der schönsten Wochenenden überhaupt. Chris und Elsa sind bereits seit Dezember 2010 miteinander verheiratet. Das Liebesglück der beiden krönen ihre drei Kinder, India Rose und die Zwillinge Tristan und Sasha.